Der Tioga Pass ist mit 3031 Metern der höchstgelegenste Highway Pass in Kalifornien und der Sierra Nevada. Über ihn erreicht man in den Sommermonaten, aber auch nur dann, den Yosemite National Park. Um den geht's heute aber nicht, sondern vielmehr um den Mono Lake, der sich östlich des Passes befindet. Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Christian und in Sachen Reiseplanung immer für dich da. Der Mono Lake ist einer der bekanntesten Orte in der östlichen Sierra. Er entstand vor mindestens 760.000 Jahren als Endsee in einem Becken, das keinen Abfluss zu anderen Gewässern hat. Das Fehlen eines Abflusses führte dazu, dass sich im See große Mengen an Salz ansammelten. Diese Salze machen das Wasser des Sees auch alkalisch. Aus dem Einzugsgebiet des Sees wird seit 1941 Trinkwasser in eine über 520 Kilometer lange Wasserleitung abgeführt, die die Stadt Los Angeles versorgt. Dadurch sank der Wasserspiegel des Sees kontinuierlich ab, der Salzgehalt stieg und Teile des Seebetts trockneten aus. Für die Zuflüsse und den See ergaben sich schwerwiegende ökologische Folgen. Zugleich wurden im See und am Ufer zahlreiche unter Wasser entstandene Kalktuffgebilde in bizarren Formen sichtbar, was zur Bekanntheit des Sees beitrug. Naturschützer thematisierten ab Anfang der 80er Jahre die Absenkung des Wasserspiegels. Nach Gerichtsbeschlüssen über eine Begrenzung der Ableitung steigt er seit Mitte der 90er Jahre langsam wieder an. Der See liegt etwas außerhalb der Stadt Levine in Kalifornien und ist vom Highway 395 aus leicht zu erreichen. Der Mono-Lake ist aus unzähligen Gründen einzigartig. Er ist zweieinhalbmal so salzig wie der Pazifische Ozean, er beherbergt die Mono-Lake-Soleganele, ist mittlerweile ein wichtiger Ort für Zugvögel und er hat eine bedeutende geologische Geschichte. Die Hauptattraktion des Mono-Lakes sind seine Tufer, wenn diese auch nur aufgrund menschlichen Fehlverhaltens aus dem Wasser ragen. Ein Tuffstein ist ein seltsam aussehender Felsturm. Genauer gesagt sind Tuffsteine Kalksteintürme, die durch die Ausfällung von Karbonaten im Wasser entstehen. Im Mono-Lake kommen seit Hunderttausenden von Jahren kalkhaltige Unterwasserquellen mit karbonatreichem Seewasser in Berührung und die chemische Endreaktion ist das langsame Wachstum dieser Kalksteintürme, die sich nur unter Wasser bilden. Einige dieser Tuffsteingebilde können bis zu 10 Metern hoch werden, was schon eine ganze Zeit dauert. Auch wenn die Tufer sichtbarer sind als je zuvor, kann man sie am besten vom South Tufer Trail aus betrachten, der sich auf der Südseite des Sees befindet und eine leicht zugängliche Wanderung von einer Meile hin und zurück ist. Der Pfad beginnt am Parkplatz und schlängert sich eine halbe Meile durch einige Tufer und gelb blühende Sträucher, bevor er am Rande des Mono-Lake ankommt, wo viele Tuff-Türme im Wasser und außerhalb des Wassers zu sehen sind. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Umgebung, einschließlich der Sierra Nevada-Kette im Westen. Der Weg ist mit einer Reihe von Hinweisschildern versehen, die Auskunft über den Wasserstand des Sees seit 1941 geben und in den Sommermonaten finden hier auch tagsüber Vorträge statt. Der Weg ist zwar nur eine Meile lang, aber es gibt auch viel zu entdecken und je nachdem, wie viel man vom Seeufer sehen möchte, kann man auch eine längere Wanderung machen. Oder natürlich reingehen, wie er hier. Da wir an dem Tag noch zum Yosemite wollten, sind wir weitergefahren. Aber in der Dreiviertelstunde unseres Aufenthalts haben wir schöne Aufnahmen machen und die Einsamkeit in der Natur genießen können. Also zumindest nachdem der Bus voller Asiaten abgereist war. Wenn du aus der Gegend Las Vegas anreist und aus irgendwelchen Gründen nicht ins Death Valley fahren kannst oder willst, kann ich dir noch ein paar Begriffe nennen, die irgendwo auf der Strecke liegen. Geisterstadt Goldfield Devil's Post Pile Alien Center Area 51 und State Highway 168. Die 168 führt in sehr kurviger und hügeliger Manier den Berg hinab und ist ein Riesenspaß für mich gewesen. Also für mich, nicht für meine Frau. Die wäre am liebsten ausgestiegen. Auf jeden Fall in Indian Springs tanken, denn je nach Streckenwahl kommt da vielleicht 330 Kilometer lang nichts zum Nachfüllen. So, abonnieren bitte, kostet ja nichts. Gerne einen Kommentar dalassen und wenn Zeit oder Lust vorhanden, weiteres Video aussuchen. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal eine gute Zeit. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020